Herzlich Willkommen zum Dallmayr Videonah. Wir möchten Ihnen heute erklären, wie sich Wetter- und Temperaturenflüsse auf die Installation und Konfigurationen der Kamera auswirken können. Dallmayr Kameras trotzen auch widrigen Witterungsverhältnissen und sind für den Betrieb in der kalten Jahreszeit bestens geeignet, wenn diese in ein Wetterschutzgehäuse verbaut werden. Die integrierte Heizung wird mittels eines Thermostats automatisch ein- oder ausgeschaltet und sorgt für eine optimale Temperatur innerhalb der Kamera. Die jeweiligen Einschalt- und Betriebstemperaturen Ihrer Kamera entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Bitte beachten Sie, bei der Installation in einigen Metern Höhe, zum Beispiel in einem Kameramast, kann es möglich sein, dass die dort vorherrschende Temperatur wesentlich niedriger ist als am Boden. Besonders bei der Montage der Kamera kann es sein, dass diese im Inneren sehr stark auskühlt. Die Kamera lässt sich vielleicht noch problemlos anschalten, aber gerade in Extremsituationen kann es durch Materialspannungen vorkommen, dass einige Bauteile sich um zehntel Millimeter zusammenziehen und somit am Anfang nicht optimal funktionieren. Dies kann dazu führen, dass sich Baugruppen wie das motorgetriebene Vario-Fokalobjektiv nicht optimal scharf stellen und zoomen lassen oder auch der Remote-Back-Focus-Control nicht optimal funktioniert. Geben Sie der Kamera also etwas Zeit, bis diese auf Betriebstemperatur ist oder schalten manuell die Heizung hinzu und fangen dann erst mit der Konfiguration der Kamera an. Verbaut in ein Wetterschutzgehäuse können Dallmeyer Kameras auch hohen Temperaturen standhalten. Das Sonnenschutzdach bietet zusätzlichen Schutz vor zu starker Überhitzung. Übrigens, die Dallmeyer Sonnenschutzdächer werden nicht direkt am Kameragehäuse installiert, sondern mit einem Luftpolster dazwischen. Dadurch wird die Wärme optimal abgeleitet und gelangt nicht an das Kameragehäuse. Trotzdem sollten Sie bedenken, dass sich Bauteile im Extremfall bei zu starker Erhitzung geringfügig aussehen können. Somit können Funktionen wie der Remote-Back-Focus mit Unter nicht optimal funktionieren.